Die Abwehr von Borussia Mönchengladbach steht seit geraumer Zeit unter intensiver Beobachtung. Nach einer Saison mit 67 Gegentoren ist jedem Fan und Verantwortlichen im Verein klar. Soll die neue Spielzeit erfolgreicher verlaufen, muss die Defensive stabiler werden. Doch auch zu Beginn der aktuellen Saison konnte die Mannschaft von Gerardo Seohane bisher keinen perfekten Start verzeichnen, was die Zahl der Gegentore angeht. Nach der 0-3-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen im Auftaktspiel folgten weitere drei Gegentore gegen den VfB Stuttgart. Die Defensive, die eigentlich ein Bollwerk im Borussia-Park sein sollte, wirkt weiterhin anfällig. Natürlich darf man dabei nicht vergessen, dass Gladbach in den ersten Spielen gleich gegen den Meister und den Vizemeister der letzten Saison antreten musste. Dennoch ist klar, dass ohne eine verbesserte Abwehrleistung das Ziel, eine ruhigere Saison zu spielen, schwer zu erreichen sein wird. Auffällig ist, dass trotz der anhaltenden Diskussionen um Verstärkungen in der Defensive keine größeren Transfer in diesem Bereich erfolgt sind. Dies war für viele Fans eine Enttäuschung, vor allem nach den Ankündigungen, die Defensive weiter zu verstärken. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung. K.O. Itakura, der japanische Nationalspieler, zeigt sich in dieser Saison wieder von seiner besten Seite. Nachdem der 27-jährige Innenverteidiger in der letzten Saison von Verletzungen geplagt war und nicht zu seiner Bestform fand, scheint er nun wieder auf dem Weg, ein unverzichtbarer Bestandteil der Gladbacher Abwehr zu werden. Im Spiel gegen Stuttgart zeigte Itakura, warum er für Borussia Mönchengladbach so wertvoll ist. Gemeinsam mit Nico Elwedi hielt er die gefährliche Offensive des VfB, bestehend aus Demirovic und Undaf, weitgehend in Schach. Besonders in der ersten Halbzeit war das Sturmduo des VfB nahezu wirkungslos. Ein Verdienst der starken Defensivleistung von Itakura und seinem Kollegen. Trainer Seohane lobte die beiden Innenverteidiger nach dem Spiel ausdrücklich. Beide Innenverteidiger hatten gegen Demirovic und Undaf eine extrem schwierige Aufgabe, die sie aber angenommen haben. Besonders Itakuras Entwicklung in den ersten Spielen der Saison hob der Schweizer Trainer hervor. K.O. hat eine sehr gute Startphase in die Saison gehabt und ist in den Zweikämpfen sehr bissig. Diese Worte dürften den japanischen Nationalspieler zusätzlich motivieren. Es ist auch kein Geheimnis, dass der niederländische Topklub PSV Eindhoven am Deadline-Day der Transferperiode noch ein Angebot von 15 Millionen Euro für Itakura abgegeben hat. Doch die Gladbacher Verantwortlichen wussten um die Bedeutung des Japaners für das Team und lehnten ab. Trotz einer eher durchwachsenen letzten Saison, die von Verletzungen und ungewohnten Fehlern geprägt war, setzt der Verein auf die Qualitäten des erfahrenen Verteidigers. Nach einem guten Einstand in seiner ersten Saison unter X-Trainer Daniel Farke schien Itakura in der vergangenen Spielzeit nicht mehr an seine Form anknüpfen zu können. Doch nun, mit Seohane an der Seitenlinie, scheint der Japaner wieder zu alter Stärke zurückzufinden, sehr zur Freude der Fans. Die Gladbacher Anhängerinnen und Anhänger dürfen also erneut hoffen, dass ihre Defensive, angeführt von Itakura, in den kommenden Wochen stabiler wird. Wenn der 27-Jährige seine Leistung weiter steigern kann und von Verletzungen verschont bleibt, könnte er der Schlüssel zu einer sicheren Abwehr sein. Was denkt ihr, liebe Fans? Kann K.O. Itakura der erhoffte Fels in der Brandung für die Gladbach-Abwehr werden? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.